Ein kreativer Ingenieur namens John Röbling war im Jahr 1883 ganz inspiriert von der Idee, eine spektakuläre Brücke zu errichten, die New York und das Long Island verbinden sollte. Brückenbauexperten aus aller Welt argumentierten, dass dies ein unmögliches Unterfangen sei und rieten ihm die Idee, einfach Adapter zu legen. Es war unmöglich. Es war nicht praktikabel. Und es wurde noch nie gemacht. Röbling konnte die Vision von der Brücke, die er vor seinem geistigen Auge sah, einfach nicht loslassen. Er musste immerzu an sie denken und tief in seinem Herzen wusste er, dass es möglich war, sie zu erschaffen. Er musste nur irgendjemanden finden, mit dem er diesen Traum teilen konnte. Und nach langem Hin und Her überzeugte er schließlich seinen Sohn Washington, einen aufstrebenden Ingenieur, dass sie diese Brücke tatsächlich bauen könnten. Vater und Sohn arbeiteten also zum ersten Mal zusammen und entwickelten gemeinsam Konzepte, wie sie ihr Werk vollenden und alle Hindernisse aus dem Weg räumen könnten. Aufgeregt und motiviert engagierten sie ein Team und begannen schließlich mit dem Bau ihrer Brücke. Das Projekt lief sehr gut an, aber nach wenigen Monaten ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem John sein Leben verlor. Washington wurde schwer verletzt und es blieben Hirnschäden zurück, die so schwer waren, dass er weder sprechen, noch gehen oder sich überhaupt irgendwie bewegen konnte. Wir haben es ja gleich gesagt. Verrückte Männer mit verrückten Träumen. Es war dumm, diese Vision zu verfolgen. Jeder, gefragt oder ungefragt, gab seine negative Meinung zum Besten. Alle waren überzeugt, dass es das Beste wäre, den Bau endlich zu vergessen, auch weil John und Washington die Einzigen gewesen waren, die wussten, wie diese Brücke gebaut werden könnte. Washington jedoch war ungebrochen in seinem Glauben an das Projekt. Er ließ sich trotz seines Zustandes nicht entmutigen. Seine Sehnsucht, seinen Traum zu verwirklichen und sein scharfer Verstand waren von dem Unfall unversehrt geblieben. Er versuchte, sich seinen Freunden mitzuteilen, aber diese waren überfordert mit ihm. Lange lag er in seinem Krankenzimmer und schöpfte immer dann einen kleinen Hoffnungsschimmer, wenn der Wind die Vorhänge zur Seite blies und den Blick auf einen blauen Himmel und Baumwipfel freigab. Plötzlich kam ihm eine Idee. Alles, was er noch tun konnte, war einen einzigen Finger zu bewegen. Und so beschloss Washington, das Beste daraus zu machen. Langsam entwickelte er eine Art Klopfcode, über den er mit seiner Frau kommunizieren konnte. Eines Tages gab er ihr so zu verstehen, dass sie seine Brückenbauarbeiter wieder anrufen sollte. Dann nutzte er den Code, um durch das Klopfen auf ihren Arm seine Instruktion für den Bau über sie an die Ingenieure und Arbeiter weiterzugeben. Es mag idiotisch klingen, aber das Projekt nahm wieder Fahrt auf. 13 Jahre lang tippte Washington seine Anleitungen mit dem Finger auf den Arm seiner Frau, bis die Brücke fertig gebaut war. Heute steht die spektakuläre Brooklyn Bridge in ihrer Schönheit als Zeichen für Washingtons Triumph über seine Behinderung und seine Entschlossenheit, sich von den widrigen Umständen nicht unterkriegen zu lassen. Und natürlich ist sie auch ein Tribut an die Ingenieure und Arbeiter, welche Vertrauen in einen Mann hatten, der von der halben Welt für verrückt erklärt worden war. Und sie steht da als ein Monument für die Liebe seiner Frau, welche 13 Jahre lang nicht müde wurde, geduldig seine kodierten Nachrichten zu entschlüsseln und an das Team weiterzugeben. Weißt du noch? In Folge 2 waren wir im Wald unterwegs. Mehrere Jahrtausende, bevor die Menschheit zu dem wurde, was sie heute ist. Wir haben Bären gesammelt, den duftenden, weichen Waldboden unter unseren Füßen gehabt, das warme Sonnenlicht auf unsere Haut genossen und den Vögelchen beim Zwitschern zugehört. Bis der Tiger aus dem Gebüsch sprang und uns fast den Tag versaut hat. Unser Körper wurde vor einigen hunderttausend Jahren, ich nenne es mal entwickelt, für ein Leben mit Ländenschutz und Bärenpflücken. Er ist ausgestattet mit einem Stressprogramm, über das du in den ersten beiden Staffeln schon sehr viel von mir erfahren hast. Und dann war da noch dein Unterbewusstsein, von dem ich dir gesagt habe, dass, wenn alles, was du weißt, woran du dich bewusst erinnern kannst, also alles, was du erlebt oder in der Schule gelernt hast, so groß ist wie dein Daumennagel, dann ist dein Unterbewusstsein so groß wie ein Fußballfeld. Dein Unterbewusstsein will dir helfen, dich zu orientieren. Es will dich schützen, vor schlechten Erfahrungen und vor Gefahren aller Art. Damit du nicht ständig am Grübeln bist, ob du im Winter wirklich jeden Tag eine warme Jacke brauchst oder nicht doch mal im Bikini rausgehen kannst, versuch das Ordnung in deine Erfahrungen zu bringen. Es beobachtet genau, was sich wiederholt und ob es Muster gibt. Und es ist von Geburt an mit einem Feature ausgestattet, von dem ich dir bisher nichts erzählt habe, denn es war noch etwas zu früh dafür. Über ein Jahr gibt es meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins nun schon und endlich, endlich ist es soweit. Ich kann dir ab heute Stück für Stück erzählen, wie dieses Feature funktioniert, welches du quasi ab Werk schon in dir trägst und welches mein Leben am Ende meines Burnouts und heute das Leben meiner Kunden verändert hat und das Gewinnen und Erhalten der eigenen Energie ermöglicht, wie kaum ein anderes auf dieser Welt. Na, kamen dir diese Ausschnitte bekannt vor? Richtig! Sie stammten aus der ersten Staffel. Wie die Zeit vergeht und was du inzwischen schon alles weißt. Du hast von mir erfahren, dass Krankheiten oder auch das Burnout eigentlich gar nichts Schlechtes sind, weil dein Körper am Ende immer nur versucht, dir Zeichen zu geben und dir konkret mitzuteilen, was schiefgegangen ist und was er braucht, damit es ihm besser geht. Du hast von mir erfahren, dass die Energie, die du jeden Tag zur Verfügung hast, nie die gleiche ist, dass es schwanken kann, dass das völlig in Ordnung ist und dass es sich lohnt, morgens nach dem Aufstehen erstmal abzuchecken, wofür dieser Tag sich überhaupt eignet und ob du voll lospowern oder lieber einen Gang runterschalten solltest. Du hast gelernt, dass Zuwendung zu dir selber ziemlich wichtig ist, damit du eine Intuition oder ein Bauchgefühl für dich entwickeln kannst und wir haben schon ein bisschen sortiert, nämlich dein Umfeld und deine Umwelt in Bezug auf Menschen, die giftig sind für dein Wohlbefinden. Du hast dein Unterbewusstsein kennengelernt und du weißt jetzt schon, dass dein Unterbewusstsein super, super viele Infos sammelt und zwar den ganzen Tag von dem Moment, in dem du die Augen aufschlägst, bis zu dem Moment, in dem du dich niederbettest. Und weil die letzten Folgen, also die letzten vier Folgen, schon ziemlich komplex und auch ein bisschen trockener war als gewohnt, dachte ich mir, heute, ja, können wir ja mal ein bisschen chillen. Ich bin Burnout Coaching Berlin. Du kennst es inzwischen schon. Ich glaube, ja, chillen ist wahrscheinlich eines der Worte, die am häufigsten in diesem Podcast vorkommen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir können heute ein bisschen chillen und ich kann ja mal einsteigen mit einem Beispiel, was dir nochmal verdeutlichen soll, wie Körper und Geist und alles, was uns umgibt, miteinander in Verbindung stehen und wie sie funktionieren. Fast jeder fährt heutzutage Auto und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ein Auto besitzen und die ab und zu tanken fahren müssen, damit sie vorankommen. Unser Körper und unser Geist ist ein bisschen wie dein Auto. Je nachdem, was für einen Motor du in deinem Auto hast, braucht dein Auto eine bestimmte Art von Treibstoff. Genauso verhält es sich auch mit deinem Körper und deinem Geist. Du hast rausgefunden, welcher Körpertyp du bist. Das heißt, im Prinzip hast du jetzt rausgefunden, welche Art von Auto du fährst und die Tatsache, dass du jetzt weißt, welches der drei Elemente in deinem Körper in deinem Körper dominant ist oder welche zwei Elemente in deinem Körper dominant sind. Weißt du jetzt im Grunde auch, wovon dein Körper und dein Geist eigentlich von Natur aus schon genug haben und ein bisschen weißt du jetzt wahrscheinlich auch schon, welches Element dir im Grunde von Natur aus ein bisschen fehlt. Und das ist dann diese Sache mit dem Treibstoff. Damit wir besser einschätzen können, was wir in uns reintun sollten beziehungsweise was wir lieber nicht in uns reintun sollten, nur für uns individuell, für unseren Körpertyp, und deswegen gibt es das Ayurveda und deswegen bin ich die letzten vier Folgen auch so ewig auf diesen Elementen rumgeritten, denn genauso, wie wir Krankheiten einteilen können mit diesen drei Elementen und genauso, wie wir deinen Körpertyp abschätzen können anhand dieser drei Elemente, genauso können wir im umgekehrten Fall auch einschätzen anhand dieser drei Elemente, welcher Kraftstoff der richtige für dich ist. Und weil ich jetzt so sparsam war bisher in dieser Staffel mit Metaphern, habe ich gleich noch eins für dich mitgebracht. Körper und Geist und das, was sie umgibt, sind nicht nur so ähnlich wie dein Auto und der Treibstoff, der spezielle, den es braucht, sondern sie sind auch ein bisschen so ähnlich wie ein Computer. Wenn du vor dem Computer sitzt und du möchtest, dass dein Computer irgendwas macht, dann musst du ihm die Informationen geben. Du musst deinem Computer sagen, was er tun soll. Zum Beispiel, wenn du dein E-Mail-Programm öffnen willst oder wenn du vor deinem Bankautomaten stehst, ist ja auch ein Computer und deine Karte da reinsteckst. Um in dein E-Mail-Postfach zu gelangen oder um an dein Geld zu kommen, fragt dein Computer eine bestimmte Information ab, nämlich dein Passwort oder deine PIN. Da du dich bestimmt, so wie alle anderen, an die Cybersicherheitsvorgaben hältst und für jeden Account ein extra Passwort hast, dann hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn du beim falschen Account das falsche Passwort eingibst. Error. Du kommst nicht weiter. Und im Worst Case, bei deiner Bankkarte zum Beispiel, wenn du dort öfter den falschen Code eingibst, also die falsche Information, dann ist die Karte weg oder zumindest gesperrt und dann geht erst mal gar nichts mehr. Warum rede ich mich jetzt hier so im Kopf und Kragen mit Dingen, mit denen ich mich sowieso nicht auskenne, also Autos und Passwörter? Ganz einfach, ein Passwort ist eine Information und die Maschine sagt, okay, ich erkenne dich, jetzt gib mir die Information, die ich von dir haben will, damit ich dir alles geben kann, was du möchtest. Naja, oder zumindest das, was du auf dem Konto hast. Mit deinem Auto ist es das Gleiche. Es ist eine Art Information, du gibst deinem Motor den richtigen Treibstoff und das heißt, er kann damit arbeiten. Er erkennt es und kann es umsetzen in Energie. Wenn du den falschen Treibstoff einfüllst, obwohl er von der gleichen Tankstelle kommt und vielleicht auch so ähnlich riecht und vielleicht auch so ähnlich viel gekostet hat, kann es einfach passieren, dass dein Auto dir ebenfalls eine Fehlermeldung ausspuckt, indem es einfach kaputt geht und nicht mehr fährt. Und so ist es auch mit unserem Körper und unserem Geist und den Körpertypen beziehungsweise auch mit den Ungleichgewichten. Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass alles, alles, was existiert, Information ist für unser Unterbewusstsein, für unseren Körper, für unseren Geist. Abhängig davon, was für ein Körpertyp du bist, brauchst du vielleicht ganz andere Informationen für dein Unterbewusstsein, für deinen Körper, für deinen Geist, als andere Menschen, damit du eben bei 100% Energie bist und dich wohlfühlst und alles funktioniert. Während du die Informationen an deinen Computer weitergibst, indem du irgendwas in die Tastatur eingibst oder mit der Maus klickst oder am Bankautomaten eben auch über die Zahlentastatur deine PIN eingibst, so wie du deinem Auto die richtige Information gibst, indem du den richtigen Sprit einfüllst, mit dem es dann auch wirklich fahren kann, so hat auch das Unterbewusstsein seine Kanäle, über die es von dir oder von den Dingen und den Menschen und allem, was dich umgibt, seine Informationen zieht. Und das sind im Wesentlichen deine Sinne, also das, was dich an Geräuschen jeden Tag umgibt, das, womit du in Berührung kommst, das, was du einatmest und riechst, was du isst und was du schmeckst, die Orte, an denen du dich aufhältst und generell die Dinge, die du tust. Das hast du ausführlich in Staffel 1, Folge 4 schon von mir gehört, dein Unterbewusstsein beobachtet den ganzen Tag. Und wenn ich jetzt sage, alles, was uns umgibt, sind Informationen und das Unterbewusstsein sammelt alle diese Informationen und du dir denkst, die Welt ist riesig, wie kann denn mein Unterbewusstsein alles, wo ich jeden Tag vorbeilaufe, was ich mache, was ich höre, rieche und so weiter, was ich selber ja nicht mal bewusst reflektiere, wie kann mein Unterbewusstsein das denn dann machen? Denk an den Größenvergleich. Alles, was du bewusst erlebst und worüber du nachdenken und woran du dich erinnern kannst, ist so groß wie ein Daumennagel. Dein Unterbewusstsein ist so groß wie ein Fußballfeld. Vielleicht hörst du diesen Podcast schon von Anfang an oder du hast ihn gerade erst gefunden und dich bis zu dieser Folge jetzt trotzdem schon vorgearbeitet, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass eigentlich es die ganze Zeit um nichts anderes ging. Bis hierhin haben wir uns auf psychologischer Ebene in den ersten zwei Staffeln vor allem, aber nicht nur, auch manchmal schon auf der körperlichen Ebene genau damit beschäftigt. Was füttert dein Ungleichgewicht, in dem du bist? Was musst du weglassen, damit es nicht weiter gefüttert wird? Was fehlt dir? Womit musst du dein Unterbewusstsein, deinen Körper, deinen Geist füttern, damit es eben nicht mehr fehlt und damit es ausgeglichen werden kann? Was kannst du tun, um dein Wohlbefinden zu erlangen und aufrecht zu erhalten? Wenn du im Ungleichgewicht bist, egal ob im Luft, Feuer oder Erdungleichgewicht und zuordnen konntest, in welchem Ungleichgewicht du dich befindest, dann weißt du schon, wovon du weniger brauchst in nächster Zeit, nämlich weniger von dem Element, was bei dir im Ungleichgewicht ist und du weißt, von welchem Element oder von welchen Elementen du eventuell mehr brauchst, um dein Gleichgewicht wiederherzustellen, ein Gegengewicht zu schaffen, sozusagen. Und jetzt zu guter Letzt gebe ich dir noch eine Formel mit an die Hand, die du in Zukunft vielleicht öfter brauchen wirst, damit du für dich sehen kannst, welches Element sich wie auf das jeweils andere Element auswirkt. Vielleicht hast du Lust, hier Stift und Zettel zur Hand zu nehmen, denn das ist etwas, was du immer wieder brauchen wirst, wenn du im Ungleichgewicht bist und für dich herausfinden willst, welches das richtige Gegengewicht ist. Hast du? Okay, pass auf. Wenn du zu viel Erde hast, dann, klar, versuchst du erstmal alles, was der Erdenergie oder dem Erdelement zuzuordnen ist, in deinem Alltag zu reduzieren. Welche Dinge das sind, darauf komme ich nach und nach in den nächsten Folgen zu sprechen. Also, so viel ist klar, wenn du zu viel Erde hast, willst du natürlich erstmal Erde wegnehmen. Um das Ganze auszubalancieren, willst du außerdem mehr Feuer und mehr Luft in deinen Alltag bringen. Denn Feuer und Luft sind zwei sehr bewegliche, sehr agile, einheizende Elemente, zumindest ist das Feuerelement und deswegen bringen sie die behäbige und schwere Erde in Bewegung, wenn mal zu viel davon da sein sollte. Also, weniger Erde ist gleich mehr Feuer und mehr Luft. Wenn du zu viel Feuer hast und weniger Feuer haben willst, dann natürlich nimmst du erstmal alles aus deinem Alltag raus, was das Feuerelement füttert und außerdem versuchst du das Luftelement ein bisschen zu reduzieren, denn das Luftelement pustet quasi das Feuer noch richtig an und du versuchst mehr Erde in deinen Alltag zu bringen. Die Formel für weniger Feuer lautet also weniger Feuer im Alltag und weniger Luft und ein bisschen mehr Erde. Und zu guter Letzt haben wir noch das Luftelement. Wenn du zu viel Luftelement hast, wenn du also im Luftungleichgewicht bist, logisch lässt du alles, was das Luftelement fördert, im Alltag für eine Weile weg. Außerdem solltest du das Feuer erhöhen, denn Feuer absorbiert zu viel Luft und du solltest das Erdelement erhöhen, denn das Erdelement grenzt die Luft und ihre Beweglichkeit ein und gibt Stabilität. Also bei zu viel Luft entzieh Körper und Geist die Lufteinflüsse und gib ihnen stattdessen ein bisschen mehr Feuer und ein bisschen mehr Erde. Wie gesagt, diese Formel ist eigentlich ziemlich einfach, aber gerade am Anfang, so wie mit allen anderen Sachen, die ich bisher in dieser Staffel erzählt habe, kann man schon auch ein bisschen durcheinander kommen und während du für alles andere, was ich bisher erzählt habe, ein gutes Bauchgefühl entwickeln wirst, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, solltest du dir diese Formel wirklich aufschreiben, weil man doch schnell mal durcheinander kommt mit den ganzen Elementen und wie sie aufeinander wirken. Sie sind miteinander verbunden und sie beeinflussen sich gegenseitig und je nachdem welches Element mit welchem Element aufeinander trifft, kann es also sein, dass das eine Element das andere entweder nach unten drosselt oder aber, dass das eine Element das andere Element noch mehr schürt und größer werden lässt. Und deswegen brauchst du diese Formel, weil wir im Ayurveda ganzheitlich arbeiten und weil du viel, viel schneller an dein Ziel kommst, egal welches Ungleichgewicht du hast, wenn du nicht nur das Element deines Ungleichgewichts reduzierst, sondern auch gleich nachweist, wie du an den anderen beiden Elementen ein bisschen schrauben kannst. Heute hat es nicht 35 Minuten gedauert, bis ich zum Mantra der Woche komme. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. In der westlichen Welt, in der wir leben und in der wir es gewöhnt sind, dass gerade in der Medizin riesige Projekte, Operationen und so weiter und so fort durchgezogen und erfolgreich zu Ende gebracht werden, ist es manchmal ein bisschen schwer sich vorzustellen, dass man auch ohne Medikamente ganz, ganz viel verändern kann, in Körper, Geist und Seele. Deswegen habe ich für diese Folge die Geschichte von Washington gewählt, am Anfang. Washington und sein Klopfcode stehen für mich sinnbildlich für das Ayurveda und die vielen, vielen, vielen Informationen, die man alle einordnen und sortieren kann. Wenn Washington es geschafft hat, die Brooklyn Bridge zu bauen, nur indem er einen Code 13 Jahre lang mit einem Finger auf den Arm seiner Frau geklopft hat, dann schaffen wir das doch auch locker, dein Umfeld und deine Umwelt in Zukunft zu sortieren und durch ganz kleine Schräubchen, an denen wir gemeinsam drehen, deinen Alltag ein bisschen leichter zu gestalten und viele, viele gute Ideen zu finden, wie du deine Energie füttern kannst, sodass sie bei 100% ist und dann dein Potenzial voll ausschöpfen und entfalten kannst. Ich lade dich ein, mit mir eine Reise zu unternehmen durch eine Welt, von der wir glauben, dass wir sie gut kennen und die du mit völlig anderen Augen sehen und erfahren wirst und auf eine Reise der Sinne, deiner Sinne, auf der du staunen wirst, was du, dein Körper, dein Geist gemeinsam mit deinem Unterbewusstsein so erreichen können, wenn ihr nur eine bewusste Einheit bildet, die im Gleichgewicht schwingt. Wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich über Rezensionen, da wo du ihn gerade hörst, mega freuen, denn er hat allgemein sehr gute Bewertungen, vielen, vielen Dank dafür, aber es gibt kaum Kommentare unter meinem Podcast, egal ob bei iTunes oder bei Deezer oder wo auch immer du ihn gerade hörst, YouTube oder so und das macht es Leuten, die den Podcast noch nicht kennen, ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden, ob sie jetzt einschalten sollen oder nicht, weil wir sind Menschen und wir verlassen uns einfach gern auf das Urteil von anderen. Also, wenn du kurz Zeit hast, lass mir eine Rezension da, ich würde mich mega freuen darüber. Ansonsten hören wir uns über nächste Woche wieder. Pass auf dich auf und sei gut zu dir. Deine Susi , cola Untertitelung. BR 2018